Ich fands ganz toll, weil so viele schöne Geschichten erzählt wurden und ich fand es auch sehr schön, dass es dann am Ende noch einen kleinen Mini-Workshop gab, wo man dann auch noch so ein kleines Learning nach Hause genommen hat mit Fragen zum Nachdenken, also ich fand es wirklich inspirierend. Also das heißt, du kommst wieder? Ich komm auf jeden Fall wieder, ja, ich fand es toll. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar.